Was geht ab, Freunde? Ich und MBK sind hier heute im Drift-Simulator drin und hier haben wir unser eigenes Fahrzeug, mit dem wir an Drift-Rendern teilnehmen können. Ich sitze im Auto. Ich sitze auch im Auto und jetzt musst du hier klicken und umso krasser du klickst, umso heftiger werden die Drifts, Bro. Ey, ich fahre ein Lamborghini. Was? Was redest du? Wirklich? So ein blauer Lambo? Das ist ein Fiesta, Bro. Das ist voll das Loser-Auto. Und wir müssen jetzt hier Drift ziehen und wer die besseren Drift zieht, bekommt am Ende mehr Punkte und kann sich damit bessere Autos freischalten. Aber Leute, guck mal, wir haben leider verloren. Wir haben das Drift-Rennen nicht gewonnen. Schade, Marmelade. Wusstest du, dass ich ein Profi-Autofahrer bin? Ich glaube, du bist kein Profi-Autofahrer, MBK, weil du schon wieder Quatsch erzählst. Nein, ich bin wirklich einer. Bro, wie langsam bin ich? Bro, ich bin schon längst draußen und MBK, wir werden das jetzt so machen. Wir werden jetzt eine halbe Stunde spielen und derjenige, der weiter in diesem Simulator ist, bekommt 20.000 Robux. Bist du bereit? Da bin ich dabei. Ich bin dabei. Okay, wir werden natürlich das Glücksrad fragen, Leute. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal kurz starten und ich melde mich gleich, wenn wir das erste Mal das Glücksrad drehen. Bis gleich, Leute. Wir werden uns heute natürlich wie immer alles aus dem Item-Shop kaufen, was es hier gibt für Robux. Also wir werden heute extrem viele Robux ausgeben und vielleicht werden wir uns sogar dieses krasse OP-Pad holen. Das gibt es weltweit nur einmal. Es ist ein feuriger Dominus und wenn wir den haben, dann ist eh komplett over und wir haben direkt gewonnen, sage ich euch ehrlich. Und ich werde mir erstmal hier meine kostenlose Geschenke abholen. Zack, zack. Dies hier gibt, Leute. Und dann können wir hier nochmal das Glücksrad drehen. Komm, wir drehen mal das Glücksrad. Und dann werde ich euch jetzt gleich... Es gibt dieses OP-Pad. Werde ich euch gleich mal zeigen, wie der Simulator funktioniert. Äh, wir müssen uns nämlich, warte mal, zu den Simulatoren begeben. Und zwar das hier, Freunde. Das hier, guck mal hier, das hier sind so quasi so Renn-Simulatoren, Leute. Wo wir pro Klick schlauer werden. Und umso schlauer wir sind, umso... Warte mal, warte mal, wir können eigentlich direkt hier ran. Umso schlauer wir sind, Leute. Umso krasser können wir driften. Das ist halt richtig heftig. MBK hat sich schon Haustiere geholt. Leute, ich muss mir Haustiere holen. Warte mal, wie toll ist das Haustier hier? 1250 Shrowbox, okay. Protrophäen. So, wir haben jetzt einen Küken. Okay, sehr gut. So, hier nochmal schnell das Haustier. Und nochmal, nochmal direkt ein Haustier. So, einmal aufmachen. Dann haben wir nämlich drei Haustiere. Und dann können wir uns jetzt hier am Trainingscomputer setzen. So, ich zeige euch das mal kurz. Einmal hier ausgerüstet. Und jetzt können wir uns hier an diesem Trainingscomputer setzen. Und können halt... Warte mal, ich muss mal Autoklicker anmachen. Leute, ich muss mal Autoklicker anmachen. Können wir halt driften lernen. Also das ist quasi so ein Simulator, wo man driften lernt. Und ihr seht, wir kriegen immer mehr Intelligenz. Wir bekommen immer mehr Power, mehr Intelligenz. Und gleich können wir noch krasser driften, als wir es gerade schon gemacht haben. Und auch viel, viel schneller. Ich drehe nochmal das Glücksrad. Komm. Glücksrad. Ah, 20 Prozent Power. Ich bin auch echt gespannt, wie weit MBK ist, Leute. Ob er schon... Also eher was seine Taktik ist. Also jeder hat ja immer so eine andere Taktik, die er hier umsetzt. Aber ich weiß nicht, ob MBK seine Taktik schlauer ist wie meine. So, ich drehe nochmal rum hier. Ja, nochmal 20 Prozent Fertigkeitspunkt ist okay. Und was kriegen wir noch? Was kriegen wir noch, Leute? Nochmal Glücksraddreh. Ich hoffe, das Pad... Ja, natürlich nicht. 10 Prozent! Nochmal... Boah! Nochmal gut viele... Boah, Junge, wir haben 44.000 Power, Leute. Wir haben 44.000 Drift Power. Beziehungsweise Drift Intelligenz. Und ich gehe mal jetzt kurz rein. mit Autoklicker. Ich will mal gucken, wie schnell wir jetzt sind. Yo! Leute, guck mal hier! Yo! Wir sind... Oh, komm, 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 komm! Auf den Zweiten, auf den Zweiten! Ich bin auf den Zweiten! Ich bin auf den Zweiten! Yo! Guck mal, wie wir driften jetzt, Freunde! Junge! Oh, Gottes Willen! Wir holen ihn ein! Oh, Drift, 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 Drift! Sehr gut! Zack! Let's go! Zweiter Platz! Okay, für den ersten hat es leider noch nicht gereicht. Aber wir haben den Camaro überholt. Und man kann sich hier auch neue Autos kaufen. Dafür müssen wir mal kurz in die Garage gehen. Ich guck mal grad kurz. 100 Siege! Warte mal! Warte mal, wie viele Siege haben? Wir haben 22.000 Siege! Junge! Warte mal, Leute! Ich mach noch mal kurz ein Drift-Rennen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Können wir gleich? Ich glaub sogar, wir können uns gleich sogar ein neues, krasses Auto kaufen. MBK, wie läuft's bei dir, mein Bester? Äh, gut, also weit, doch gut, ja. Okay, okay, also denkst du, dass du ein Drift-Profi bist, oder was? Warte nur, ich bin ein Drift-Profi und du bist grad wieder schon wieder, du bist wieder drin? Äh, ich bin halt, ich fahr halt sehr schnell diese Drift-Rennen, sagen wir's mal so. Okay, ich guck mal, was. Äh. Und, Leute, auf dem Drift hier, oh mein Gott, warte mal, warte mal, warte mal, ich glaube, okay, wir haben jetzt fünfund... Nee, Leute, ich geh direkt in die nächste Welt. Ich sag euch, wir gehen in die nächste Welt, weil da werden wir uns... Oder? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, nee, ich glaube nicht in die nächste Welt. Ich glaub, wir müssen uns erstmal ein viel krasseres Auto kaufen, bevor wir hier in die nächste Welt gehen. Ich glaub, das ist viel, viel schlauer. Wir machen jetzt nochmal hier das Drift-Rennen. Zack, links, rechts, links, rechts, Leute. Guck mal, hier nur perfekte Drifts mach ich hier. Also von den Drift-Punkten her sieht das sehr gut aus. Aber ich frag mich, wie wir den ersten Platz einholen sollen. Junge, der erste Platz ist ja übelst schnell. Sehr gut nochmal gemacht hier. Und jetzt können wir uns... Guck mal hier. Ich geh jetzt mal zur Garage. Jetzt können wir uns nämlich... Für 50.000 Junge. Leute, der 73-mal Geschwindigkeit. Der Nissan R32, Leute, das ist ein so krasses Drift-Auto. Das ist aus Fast and the Furious. Ich nimm das jetzt mal. Ich kaufe das jetzt mal ausrüsten. Okay, wir haben jetzt das Auto ausgerüstet. Und bevor wir jetzt aber nochmal ein neues Rennen fahren, hole ich mir erstmal hier diese OP-Pads. So, noch zwei Stück hier von den teuren Eiern. Dann werden wir uns nochmal kurz an den Drift-Simulator setzen. Und dann werden wir gleich mit dem neuen Nissan R32, der komplett overpowered ist, werden wir gleich ein Rennen fahren. So, guck mal hier. Zack. Am besten ausgerüstet. Ist, ist, ist. Okay. Jetzt setzen wir uns hier nochmal ran. Autoklicker. Oh mein Gott. Guck mal, wie schnell das hochgeht. Guck mal, wie schnell das hochgeht. Guckt euch das an. Junge. Was geht denn jetzt ab? Wiedergeburt. Lohnt sich Wiedergeburt? Und... Bro, Wiedergeburt. Wiedergeburt lohnt sich nicht, Leute. Oder? Ich glaube, Wiedergeburt lohnt sich jetzt nicht so krass. Aber... Ja, gut. Das resettet halt auf jeden Fall die Trophäen. Aber es ist jetzt nicht so heftig, dass er das jetzt unbedingt machen muss. So, Leute. Das ist unser neues Auto. Ich bin ges... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, was geht denn jetzt ab? Alter, wie schnell ist das Auto? Okay, Leute. Ich kann jetzt direkt in die nächste Welt gehen. Wie crazy ist das denn? MBK, bist du bereit? Wollen wir mal den ersten Glücksraddreh machen oder was? Ich bin jetzt gerade im Rennen. Ich bin nach dem Rennen. Bin bitte ich gerne da. Ja, okay. Gerne nach dem Rennen. Wie läuft es bei dir aber? Sag mal. Ja, bei mir läuft es krass, Bro. Bei mir läuft es richtig krass. Wirklich? Real Rap. Bei mir läuft es richtig krass. Ohne Lügen. Wir haben gesagt, wir machen heute ohne Lügen, ne? Ja, ja. Wirklich jetzt. Bei mir läuft es echt gut. Welches Auto fährst du? Ich habe den Nissan R32, habe ich mir geholt. Okay, ich fahre irgendwie in so einem Mercedes. Okay, ich wäre soweit. Gut, okay, Leute. Wir gehen jetzt in den Glücksraddreh rein. Mal gucken, was wir bekommen. Ich bin auch mal gespannt, was deine Taktik ist. Aber ich bin schon in der nächsten Welt drin, ne? Oh, oh. Oh, warte. Ich muss. Ich auch. Ich bin auch in der nächsten Welt. Ich habe es gerade verplant. Ey, Junge. Hallo. Warte. Ja, ich musste aber automatisch. Das Ding ist automatisch. Der Zug geht bei mir mal gar nicht, ne? Wie? Automatisch der Zug geht gar nicht bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist anlackig. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Okay, der erste Dreh ist für dich. Ist für mich. Okay. Was kriegt Eddie Kay? Und es ist... Nein. Dreimal. Aber Glücksraddreh ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja. Es gibt besseres. Es ist nicht schlecht. Ich sage es ehrlich. Es ist nicht schlecht. Komm, machen wir für dich. Also es gibt auf jeden Fall... Nein. Oh nein. Das ist auch eine Niete. Was ist das? Was ist das? Unendlicher Dingsschlager? Unendlicher Lagerungsplatz. Leute, das brauchen wir natürlich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Das brauchen wir definitiv nicht. Hä? Leute, jetzt geht's. Jetzt geht's, Leute. Automatischer Zug. Oh nein. Jetzt geht's, Leute. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Aber was ich eigentlich jetzt gerade machen wollte... Warum kann ich mich nicht bewegen hier? Jetzt kann ich mich bewegen. Äh, ich wollte mir hier erstmal die Belohnung noch abholen. Und ich wollte mir hier eine Spur kaufen. Und zwar... Holen wir jetzt erstmal die Spur hier ausrüsten. Damit sind wir jetzt nämlich noch ein bisschen schneller unterwegs. Und wir gehen jetzt mal kurz ins Renn rein. Junge, hier ist auch ein Nissan, Leute. Junge, das ist jetzt... Fahren wir hier in Japan rennen. Wie krass ist das denn? Yo! Wir sind direkt zweiter Platz, Junge. Den Muster machen wir übelst platt. Guckt euch das mal an. Erster Platz ist natürlich sehr, sehr krass. Aber das Rennen hier... Ja, boah. Aber ich sag euch ehrlich. Hier Japan sieht richtig cool aus. Feier ich auf jeden Fall. Also wir kommen gut voran. Sehr gut. Und... Zack, 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 zack. Sind jetzt hier einmal im Ziel drin. Lockerflockig. Ey, ich werd mir so... Ich sag euch, ich werd mir so krass meine Dings sichern. Junge, wir haben 73.000. Wins. Warte mal, ich hol mir erst mal das hier. Ausrüsten. Dann holen wir uns... Hier, holen wir uns das hier. Machen wir hier kurz ein bisschen Aufwärmen. Ein bisschen Power hier. Wir brauchen 100.000. Dann können wir uns nämlich an den nächsten Simulator setzen. Aber ich brauch auch... Warte mal, ich muss mir eigentlich neue Haustiere holen. Erstmal neue Haustiere. Yo! Ist die teuer... Oh, sind die teuer. Leute, sind die Haustiere teuer? Holy moly, ey. Okay, warte mal. Ich setze mich erst mal hier ran. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bis wir 100.000 haben. Und 100.000. Sehr gut. Und jetzt können wir uns direkt hier an den nächsten Automaten ransetzen. Ich muss mal grad kurz gucken. Also wir haben unendlich... Ey, guck mal, was es hier für krasse Sachen gibt, Junge. Es gibt hier so krasse Pets, Starter Packs, alles drum und dran. Und ich habe unendlich Infinity Speicher bekommen, Freunde. Das heißt, ich kann unendlich Haustiere aufbewahren. Ja, aber das bringt gar nichts. Es bringt Real Rap gar nichts. Ähm, ich glaube, ich gehe mal automatisch rennen. Guck mal, ob das geht hier. Automatisch rennen. Geht das, geht das, geht das, Leute? Ja, aber da wären wir wahrscheinlich nicht Zweiter. Oder, oder wenn wir Zweiter... Ich habe jetzt keinen Autoklicker an, das ist halt auch das Ding. Aber wir sind aktuell Dritter, aber wir holen gut auf. Wir holen gut auf, wir sind Dritter. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Und wir sind Zweiter, Zweiter, Zweiter. Komm, komm, komm. Zweiter, ja, wir sind Zweiter. Okay, gut. Wir können automatisch das Rennen laufen lassen. Das Gute ist, wir kriegen halt nebenbei die ganze Zeit Trophäen. Das ist sehr, sehr gut. MBK, ich würde sagen, wollen wir noch einen kleinen Dreher machen? Weil wir haben ja jetzt den ersten bisschen weiter herausgezögert. Würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Dreher. Können wir machen? Bist du ready? Ich bin ready. Der ist es für dich, dass du das letzte Mal das Krasse in den Speichern bekommst. Safe, der ist es für mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Aber warte, ich muss noch kurz gucken. Ich glaube, es ist nicht der krasseste. Doch, ich glaube, es ist der krasseste. Bro, es ist der Zweite, bleib mal locker. Sich, okay, warte. Ja, wir gucken gleich, ich gucke gleich. Ich will jetzt einmal sehen, was du dir holst. Ich hole mir jetzt ein Anime-Ei. Ich sage, ich hole mir ein... Hamburger Erfinder, was ist das denn? Nein, Stani. Was ist das denn? Bro, Hamburger Erfinder, kennst du es nicht? Nee, was ist das? Zeig mal. Das Ding ist, in der ersten Welt ist der Hamburger Erfinder. Und ich wusste ja, dass es immer ein neues Auto ist. Und das ist jetzt quasi das Auto hier. Nein, 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 nein. Bro, du holst jetzt den Hamburger Erfinder. So wie es da steht. Den Hamburger Erfinder will ich sehen. Den Hamburger Erfinder, bist du dir sicher? Du musst dir den Hamburger Erfinder holen. Hundertprozentig, Bro. Das ist... Hamburger... Wo ist der? Ja, Pech, wenn du den nicht hast, dann hast du... Ah doch, zurück zur Stadt. Das Ding ist, gut, dass du es gesagt hast, weil ich glaube, der gibt es zeitlich begrenzt als der krasseste, ne? Ja, okay, gönne ich dir, gönne ich dir. Zeig mal, was da... Bro, ein Lambo. Guck dir den an. Ja, Leute, kannst dich freuen. Ich müde mich jetzt so freudig ruhig, aber der wird dir nicht weiterhelfen. Tschüss, tschüss. Leute, klar, er hat den Lambo, aber wir haben ein extrem starkes Haustier. Und zwar, wir haben den Feueraffen. Der kostet 899 Robux. Und Leute, der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Ähm, geil. Ich hab ihn direkt geholt. Guck mal hier, das Ding, Leute, der Feueraffe hat 150X. Und der hat gerade mal 14X. Wisst ihr, was ich meine? Also, der ist so viel stärker. So, als nächstes hol ich mir hier noch die zwei Haustiere hier. Zwei 70.000 Windsor. Oh, Junge, guck mal, wie der auss... Junge, eine epische Biene. Guck mal, wie der Feuer... Oh, Junge, ich hab das seltenste Pet bekommen. Ich hab gerade das seltenste Pet hier bekommen. Und guck mal, wie der Feueraffe aussieht. Junge, der sieht ja voll krass aus. Ja, die Biene macht gerade mal 50. Guck mal, wenn wir jetzt hier rangehen, Warte mal, ich mach mal automatisch, Leute, automatisch. Nein, nein, ich wollte kein Rennen machen. Nein, ich wollte kein Rennen machen. Automatisch abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ich hab keine Zeit für ein Rennen. Automatisches Training. Ja, guck mal, wie hoch das geht. Guck mal, wie hoch das geht, Freunde. Ja, okay, easy, easy, easy. Wir sind jetzt auf 200.000. Warte mal, den nächsten können wir ab... ...eine Million nehmen. Guck mal hier. MBK ist gerade mal bei 3.000. Guck mal, wie wir ihn einholen. Die Leute, ihr müsst gucken, wie wir MBK einholen. Wir sind gleich vor MBK. Ja, wir sind vor MBK. Das ist doch nicht mehr normal. Also jetzt haben wir ihn ja komplett rasiert. Das Haus hier ist so stark. Da kann er noch so ein krasses Auto haben, was er will. Ich kann mir gleich auch ein krasses Auto holen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann gleich Wins fahren und kann mir auch ein heftiges Auto holen. Und dann wird das auch ganz anders aussehen. So, ich bin jetzt bei 600.000. Ich mach jetzt mal abbrechen. Und jetzt gehen wir mal kurz zur Garage hin. Und da guck ich mal kurz... Wow, Leute, wir könnten uns den Mustang holen für 750.000. Warte mal, ich geh ja mal ins Rennen hier rein. Bei zweiter Platz... Hä? Sind wir langsamer geworden? Ah, das ist automatisch, das Rennen. Jo, warum sind wir so weit hinten gerade? Nee, nee, wir holen einen. Wir holen einen, Leute. Warte. Ja, komm, fahr schneller, fahr schneller. Boah, der Nissan ist halt echt langsam eigentlich, ne? Gegen den Mustang. Aber wir sind jetzt... Auf dem zweiten wieder. Sehr gut. Und kriegen hier dementsprechend auch die dicken Wins, Freunde. Wir kriegen die dicken Wins. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wie viel. Aber ich werde mal hier Autoklicker machen, Bro. Mit Autoklicker sind wir deutlich schneller. Ich breche mal kurz einmal ab. Ich werde mal kurz gucken, wie viel Wins wir haben. Ob es vielleicht... Okay, es reicht schon. Ja, ja, okay. Das war mir klar. Bro, hier, jetzt haben wir den Mustang, Leute. Den werde ich direkt ausrüsten. Und jetzt gehen wir nochmal ins Rennen rein. Und ich glaube, wir machen den ersten Platz. Ich glaube... Guck mal hier, wie schnell wir sind. Yo! Yo! Oh mein Gott, der erste Platz ist krass. Junge, der erste Platz ist anders krass. Ja, okay. Ja, okay, 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 okay. Der erste Platz ist echt heftig. Wir haben immer noch mal gut Trophäen gemacht. 575.000. Ich werde jetzt nochmal ans Trainingsgerät müssen. Ich muss auf eine Million hoch. 100%ig. Ich muss auf eine Million hoch. MBK ist gerade Hälfte hinter mir. Und der ist genauso wie der Geburtsmäßig vor... Also ich bin auf jeden Fall vorne, 100%ig. Mit Abstand bin ich vorne. Ah, der macht auch gut. Aber ich bin... Guck mal, ich kann mir noch Spuren kaufen. Ich hole mir noch die doppelte Geschwindigkeit nochmal. Bam! Die schwarze Spur haben wir jetzt nochmal geholt. Die uns auch nochmal einen Boost gibt. Und ich werde jetzt gleich an den nächsten Simulator gehen. Wo wir nochmal deutlich mehr Power bekommen. So, und... Wartet. 79, 80. Bam! Nächster Simulator. Eh so lange, bis er etwas bekommt. Na, was geht's? Ey, hast du mal gesehen, beim feurigen Affe, dass du der allererste Besitzer bist? Wie? Es gibt den nur einmal und den hast du. Na. LOL. Stimmt. Es gibt den nur einmal und den hast du. Das ist voll krass. LOL. Okay, das ist crazy, Leute. Ich bin der Einzige, der den Feueraffen hat. Wollen wir nochmal... Ja, weil der Simulator ist auch neu, ne? Der ist halt komplett neu, auch frisch. Aber wie grindy ist der? Ja, geht eigentlich, geht eigentlich, also... Willst du? Okay. Ja, also bei mir geht's. Was wolltest du gerade sagen? Wolltest du nochmal einen Glücksgrad rein? Ich würde sagen, lass doch mal ins Glücksgrad rein. Ins Glücksgrad. Ja, wenn du dich traust. Jep, dann lass doch mal rein. Der erste Dreh ist für mich, weil du hast ja als letztes Ding... Nee, der erste ist für mich. Wieso? Ich hab den Hamburger Erfinder bekommen am Ende. Ja, deswegen bin ich da jetzt erster dran. Hä, dann bist du ja wieder als erstes. Ja, okay, dann bist du als erstes. Dann bist du als erstes. Ja. Bro, ist mir egal. Hä, aber was für eine andere... Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Und das Auto, by the way, ist richtig schlecht. Das hat nun mal 90, ne? Super. Nein! Ja, teleportiert nur. GG. Okay. Okay, also kommst du? Nein. Nein. Okay. Tschüss, 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 tschüss. Das war's, das war's, das war's. Leute, das war's, das war's, das war's. Automatisch abbrechen. Das war's mit MBK. Das war's. Ich zeige euch, was wir haben. Guck mal hier. Wir haben... Das ist zu krank, Leute. Doppelte Fertigkeiten. Ja, das war's. Das war's, Freunde. Das war's. Guck mal hier. Wir kriegen jetzt doppelte Intelligenz. Yo, wie viel? Pro Sekunde 36.000. Ist das OP. Ist das OP. Guck mal bitte, wie viele Wins wir haben gerade. Junge, unsere Wins sind ja so hoch gegangen. Und da kann ich mir jetzt... Ich hol mir jetzt den Roadster, Bro. Leute, guck mal, was wir jetzt für ein Auto haben. Wir werden jetzt den ersten Platz machen. Locker den ersten Platz. Wir haben jetzt so ein Cabriolet. Cabriolet. Ole. Und ich mach den ersten Platz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das knapp, Leute? Ist das knapp, Leute? Komm. Wah. Study Buddy. Nein. Ist das knapp. Okay, Bro. Das ist so knapp. Schade. Schade, 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 schade. Es ist richtig knapp. Aber glaubt mir, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel. Also ich will jetzt auch sagen, wir müssen uns jetzt noch einmal kurz draufsetzen. Und dann werden wir den letzten besiegen. Hundertprozentig. Hundertprozentig werden wir gleich den letzten besiegen. So, ich denke mal, 3,5 Millionen brauchen wir. Junge, MBK kommt gar nicht mehr hinterher. Der hat gerade mal 1,1 Millionen, hat der gerade mal. Ai, 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 ai. Das knallt ja richtig rein bei ihm. Oh, das knallt ja richtig rein bei ihm, Leute. Junge, wir haben so viel Skill-Level mittlerweile. So, und jetzt, Freunde, wir gehen jetzt rein. Wartet ab. Wir werden jetzt gewinnen. Guck, guck zu. Erster Platz, wir werden den Porsche besiegen. Komm. Komm. Nein. Bro, das ist so knapp. Das ist so knapp, das Rennen. Das ist so knapp, komm. Ah, der Porsche ist wieder knapp vorne, Bro. Er ist wieder knapp vorne. Nein. Junge, was kommt denn hier als nächstes? Oh, warte, nein, ich wollte abbrechen, abbrechen. Ich wollte eigentlich in die Garage. Was kommt denn hier als nächstes Auto? Warte mal. Wir haben jetzt 5 Millionen. 300. Boah. Warte mal, nee. 15 Millionen Siege, Leute, kommt das nächste Auto. Ich muss nochmal an die Trainingsstation. Definitiv. Wir müssen vielleicht auf 5 Millionen hoch. Hätte ich nicht gedacht, aber anscheinend müssen wir doch hoch. Ich könnte halt hier auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit kaufen. Oh, ich muss unbedingt eigentlich Wiedergeburten machen. Ich sag's euch ehrlich. Wiedergeburten gibt's schon krassen Boost. Immer 10% und die sind relativ easy zu machen. Ich werde mir gleich noch was Krasses holen. Also was sehr, sehr Heftiges holen und dann werde ich mir Wiedergeburten holen. Ich glaube, das ist die Meta. So, einmal hier. Einmal hier ran. Guck mal, wie viel wir jetzt haben, Leute. Wir machen jetzt pro Klick gerade hier. Hä? 25.000 weniger? So, aber warte mal. Also jetzt muss das reichen. Das muss reichen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was wir falsch machen. Komm. Let's go. Let's go. Komm, 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 komm. Hä, Junge. Das gibt's doch nicht, Leute. Das gibt's doch nicht. Das ist so knapp. Ey, das ist so ein Millimeter Arbeit. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wisst ihr, was wir uns holen? Guck mal hier. Ich hole mir die Rainbow-Spur. Guck mal, wie das jetzt... Oh mein Gott. Warte mal. Ist aber... Jetzt müssten wir doch schneller sein, oder? Mit der Rainbow-Spur. Ja. Also normalerweise müssten wir ihn jetzt einholen. Weil wir fünfmal mehr Geschwindigkeit haben. Oder das gilt nur bei Autos. Nein. Ich glaube, das ist G-Geschwindigkeit. Diese Rainbow-Spur bringt gar nichts beim Autofahren. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Steht das hier? G-Geschwindigkeit. Ja, super. Super, Leute. 800.000 kostet hier eins. Okay, ich hole mir mal eins. Ein Bärchen. Und... Ja, okay. Jetzt sind wir jeweils ein bisschen schneller unterwegs. Ein Hühnchen haben wir bekommen. Ich rüste die mal aus. Boah, die sind auch schon gut, Leute. Die sind schon sehr gut. Pro Klick nochmal 30 Dings hier. Ja, das Ding. Wir müssen eigentlich theoretisch... Können wir die Haustiere auch upgraden? Nee, können wir nicht. So am besten ausgerüstet. So, also jetzt muss es safe... Also es muss safe reichen. Ich sage euch ehrlich, es muss safe reichen. Wenn das nicht reicht, dann geht es nur auf Autos. Also... Hä? Ich frage mich, warum dieses... Was das Skill-Level bringt dann? Junge, hä? Junge, ich müsste locker erster Platz sein. Ich check's nicht, Leute. Ich check nicht, was das Skill-Level bringt. Wie kann ich denn immer noch nicht das letzte Auto besiegen? Das ist ja... Ich brauche... Ich muss mir doch das... Ich muss mir das neue Auto kaufen. Anders geht's gar nicht. Also es sieht nicht gut aus für dich, MBK, ne? Bro, ich sage dir auch so, wie es ist... Bro, das Skill-Level bringt gar nichts, habe ich das Gefühl. Äh... Es geht nur darum, welches Auto du hast. Im Ernst? Ich glaube ja, weil ich habe hier... Also das... Bringt Spur was? Weil ich habe ja gesehen, dass du schon die letzte Spur bringt. Die bringt was? Ja, die bringt übelst was, Bro. Ja, okay. Also, ich... Schwer, schwer, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Guck mal, Leute. Jetzt habe ich hier so ein I8. Jetzt werde ich den letzten besiegen. Jetzt guck mal hier. Ja, jetzt werde ich ihn besiegen. Ja, okay. Leute, es kommt auf Auto drauf an. Ich weiß zwar nicht, was dieses Geschicklichkeits-Level braucht, aber... Wir müssen einfach nur aufs Auto gehen. Das check ich ja nicht. Wir brauchen uns gar nicht an diesen Simulator heransetzen. Verstehe ich nicht. Guck mal, jetzt haben wir ihn locker besiegt. Haben 23 Millionen. Und wir brauchen 50 Millionen Win. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal rein. MBK hat eh keine... Also, Juhu, das ist ja voll komisch, der Simulator. So, MBK, du hast noch fünf Minuten Zeit. Ich hoffe, wir können nochmal einen Glücksraddreh machen, aber es sieht nicht gut für dich aus. Ich bin schon drin. Also, warte, 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 warte. Ich muss hier gerade kurz noch das Rennen zu Ende fahren. Bin jetzt da. Ich bin jetzt übrigens als erstes, gehe ich hier ins Rennen rein. Also, ich sag mal so, was macht an I8 an Multiplikator? Kann ich nicht sagen. Mach den Glücksraddreh. Ich kann ja auch gucken. Ich gucke einfach gleich. Okay, doppelte Fertigkeit. Und jetzt bin... Bist du als erstes diesmal, sorry? Ja. Nein. Oh, mein Gott. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja, okay, das ist Müll. Automatische Wiedergeburt ist gut. Automatische Wiedergeburt ist gut. Das ist gut, das ist gut, glaub mir. Okay. Das Ding ist... Ja, Bro. Das Gleiche. Brauche ich nicht holen, weil es bringt mir gar keinen Vorteil. Gerade. So. Ja, das ist dein Bier. Du hast den I8, meintest du, ne? Ich werde mal ganz kurz... Ja, ich habe den I8, Leute, und ich werde jetzt... Oh, nein, der hat mich eingeholt. Oh, Gott, ich bin zweiter Platz. Ist egal. Aber trotzdem reicht. Wir können jetzt nämlich uns in die nächste Welt teleportieren. Und sind jetzt hier in der nächsten Welt, Leute. Und hier kostet ein Ei. Boah, 25 Millionen, Bro. Ich bin gespannt, wie gut die Eier hier sind. Die können direkt zwei Stück aufmachen. So. Zwei Stück Eier aufgemacht. Gucken, wie gut die sind. Ich glaube nämlich, die sind mittlerweile schon so gut wie die Robux-Pets. Yo, 103. Okay, das ist crazy. Wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Ich zeige euch mal... Guck mal, automatische Wiedergeburt. So. Zack, automatische Wiedergeburt. Let's go. Wiedergeburt. Ist jetzt hier automatische Wiedergeburt drin, ne? Wo kann ich das einstellen, Leute? Automatische Wiedergeburt an. Und jetzt machen wir einfach nur folgendes, Freunde. Wir machen automatisches Rennen. Guck mal hier. Und werden jetzt die ganze Zeit Wiedergeburten durchgrinden. Die ganze Zeit. Das ist nämlich das Einzige, was uns nämlich nochmal extra Power bringt. Junge, Junge. Schnell sind die hier. So, zack. Durch. Und direkt hier Wiedergeburt. Also wir müssen jetzt wirklich einfach automatisches Rennen, Leute. Und erstmal Wiedergeburten durchballern. Ja, MBK, willst du aufgeben oder was? Du hast jetzt noch zwei Minuten. Ich sag dir ehrlich, es sieht nicht gut für dich aus. Hey, die Spuren. Du bist so ein... Du bist... Du bist echt ein schlechter Freund. Die bringen gar nix. Die bringen gar nix, ne? Die bringen gar nix. Das steht auch noch unten in Klammern außerhalb des Autos. Also... Ja. Wow. Deine Autos ausstehen. Ja, ich muss aufgeben. Wie? 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 Der Barbecue E8 ist sogar besser als mein Lambo und sowas schon. Ich hab jetzt gerade null Wins. Du hast 20 Millionen Wins. Bro, ich hab... Du bist sogar in der nächsten Welt, ne? Leute, 20.000 Robux für Stadi Buddy. Lasst ein Like und ein Abo. Dann checkt, MBK, ist das was gewesen, Leute? Tschö, bitte.